Hallo, ich bin Jakob und wenn ich ins Kino gehe, dann müssen es nicht immer die ganz großen Blockbuster-Filme sein. Ich mag auch die kleineren Filme, Independent-Filme, Arthouse und für so etwas gibt es Programmkinos. Und das Programmkino in Münster ist das Cinema, was wir hier auf der anderen Straßenseite sehen. Da werde ich jetzt gleich reingehen, denn ich habe einen Interview-Termin mit Jens Schneider-Heinze, einem der Geschäftsführer des Cinema. Und er wird mir ein bisschen was zu seiner Rolle da erzählen und wie das hier überhaupt zustande gekommen ist. Hallo Jens, stell dich doch bitte einmal selber vor. Wer bist du? Welche Funktionen hast du hier? Wo sind wir hier überhaupt? Also hier sind wir jetzt in der Kurbelkiste, einer der drei Säle des Cinemas. Ich bin eben Jens Schneider-Heinze, einer der beiden Geschäftsführer des Cinemas. Ich mache das seit 21 Jahren, jetzt seit 1997 mit meinem Lebenspartner zusammen und bin damit eben einer der beiden Chefs hier. Das Cinema feiert ja jetzt gerade in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen, hatte ich gesehen. Und wie ist das denn hier damals überhaupt so losgegangen? Das ist losgegangen in der Weseler Straße 1968. Das Kino bestand schon und so Programmkino entwickelte sich ja eigentlich erst so Ende der 60er, mehr Anfang der 70er Jahre. War aber eigentlich damit das erste sozusagen deutsche Programmkino. Dann gab es Streitereien, das Cinema ist irgendwann da rausgegangen und 1981 hat dann der damalige Betreiber hier diese Räumlichkeiten, das war ein Möbelhaus, entwickelt zu einem Kino. Und ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich nach Münster kam, wegen meines Freundes, weil der nach Münster gezogen war. Hab dann relativ schnell gemerkt, ja so was schwule Identität angeht, was Identifikationsfiguren angeht, hast du eigentlich wenig im Kino. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay ich zeige Filme in dem Kontext. Da haben wir damals angefangen, eben nicht kommerziell, erst in einem Bildungswerk, einmal im Monat ein Video, dann kamen 16 Millimeter, dann sind wir ins Kuba. Da haben wir relativ schnell gemerkt, ja nur schwule Filme sind auch ein bisschen langweilig. Und dann kamen so Themen auf kasachische Filme, kyrgyzische Filme, georgische Filme. Und wir entdeckten immer mehr Film eigentlich als Medium, einmal für eine Auseinandersetzung, inhaltliche Auseinandersetzung und als kulturelles Mittel. Und dann eben kamen wir irgendwann an so einen Punkt, dass wir uns da wirklich 50 Stunden in der Woche ehrenamtlich unbezahlt engagiert haben. Und wo dann irgendwann die Frage kam, ja wir müssen, entweder verdienen wir unser Geld jetzt damit oder nicht. Und das war dann sozusagen die Übernahme dieses Kinos. Jetzt anlässlich des 50. Geburtstages zeigt ihr ja auch Filme aus den letzten 50 Jahren. Was sind das für Filme und wie werden die hier ausgewählt dafür? Das ist ganz unterschiedlich. Also die Idee war sozusagen chronologisch, oder nicht chronologisch, aber zeitlich diese Bandbreite abzubilden. Aber auch genremäßig und von dem, was das Publikum so möchte. Und das sind dann wirklich Filme, so Klassiker wie jetzt The Rocky Horror Picture Show. Aber dann eben auch Der Pate. Und dann sind aber auch Filme dabei wie Unter den Brücken. Das war so der letzte Nazi-Film eigentlich oder der letzte Film, der in der Nazi-Zeit entstanden ist, der aber geschichtlich natürlich sehr spannend ist. Also wir versuchen so eigentlich die gesamte Bandbreite abzudecken. Generell hier jetzt zum Kino in Münster. Also hier hat man ja so ein bisschen das auch beobachten können, wie es auch in anderen Städten ähnlich gewesen ist. So Anfang der 2000er ist hier jetzt das Multiplex-Kino am Hafen hingekommen. Anschließend hat, ob es jetzt in einem direkten Zusammenhang stand oder nicht, dann hier auch so ein bisschen Kinosterben eingesetzt. Wie hast du das so miterlebt? Und besteht da für dich so ein direkter Zusammenhang dann mit der Entwicklung des Multiplex-Kinos? Ja, was ganz klar war, war, wenn es ein Multiplex geben wird, dann werden andere Kinos schließen. Und die Frage war sozusagen, kommt eine Kette nach Münster oder macht der lokale Betreiber das? Und das war dann eben die Entscheidung, was ich sagen würde, zum Glück so passiert ist, dass der lokale Betreiber das gemacht hat. Weil das sieht man in Städten wie Bielefeld oder ich weiß nicht wo. Da hast du dann drei, vier Multiplexe. Du hast eigentlich immer das gleiche Programm überall und das Programm vercastet eigentlich, es wird immer weniger. Das haben wir eigentlich sehr bewusst versucht zu vermeiden, indem wir gesagt haben, wir wollen keine Filme in zwei Sälen zeigen. Dadurch haben wir eine Programmvielfalt mit den Sälen, die wir jetzt haben, die wir sonst in anderen Städten eigentlich so nicht finden. Ihr habt ja auch, glaube ich, so im Jahr 2004, 2005, habt ihr relativ kurz auch vor dem Aus gestanden. Wie hast du das hier miterlebt und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Also es war so, dass wir Anfang des Jahres gemerkt haben, wenn sich da nicht drastisch was ändert, werden wir diesen Sommer nicht überstehen. Das haben wir sozusagen eigentlich kundgetan mit der Intention damals zu sagen, Leute, wenn ihr dieses Kino haben wollt, dann müsst ihr da auch hingehen. Und das hat dann zu so einer riesen Solidaritätswelle geführt. Für uns war sozusagen damals das Grundproblem, dass wir hatten angefangen hier zu renovieren, aber uns fehlten die Mittel, um das komplett durchzuziehen. Und wir haben einfach immer mehr Akzeptanz verloren. Also das, was wir jetzt hier sehen, diese Sitze zum Beispiel, das war eigentlich das Resultat dann aus diesen Solli-Aktionen, dass wir uns Eigenmittel über Spenden, über Stuhlpatenschaften besorgen konnten, die dazu geführt haben, dass wir dann das Kino sozusagen zu Ende renovieren konnten. Das war das Problem. Und letztendlich haben wir dieses Geld, das haben wir über einen Verein abgewickelt. Das haben wir jetzt auch Jahr für Jahr sozusagen diesem Verein wieder zurück überwiesen, sodass das jetzt in das Programm der Linse fließt. Also das war von denen, diejenigen, die uns das Geld gegeben haben, eine sehr gute Investition, würde ich sagen. Sehr cool, ja. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich wünsche dir und euch hier weiterhin alles Gute für das Cinema und freue mich auch selber hier auf weitere Kinobesuche. Ja, schön. Danke dir. Danke dir.